Ich würde gerade so ausüben ein bisschen aufpassen, weil hier noch die, diese, die da sagen, ich kann noch einer die Latane abschneiden. Oh, recht gut. Ähm, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen nach unten rutschen, dass hier, öffnen Sie sich, dass wir jetzt die Gefalt hören. Und, oder, pass auf, ich kann während der Sendung, äh, wirklich nichts sagen, die jetzt, ah, Applaus, so schon auf der anderen, ja? Die hören Michael Jackson und schreibe, ah, 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 ja? Und wenn Sie nicht mehr können, klatschen Sie. Kann los! So, bitte alle, die jetzt mitgewirkt haben, wir brauchen Sie seit der Sendung, das genau so, wo wir sehen, da merkt sich jetzt seinen Partnern, wir rollen das ganze Teil jetzt wieder ein. Und ich frage unseren Kasten, welchen toll, wenn wir jetzt noch haben, dann können wir eine Aktion. Okay, wir machen das Ballonorchester. Gut, dann machen wir das Ballonorchester. Gut. So, habt Ihr Lust, noch einen Titel mit Gottfried Fischer zu singen? Gut. Und haben Sie Lust, noch einmal zu singen, mit zwei Staatsherfolgreichsten Vorleiter! Und haben Sie Lust, noch einmal zu singen, mit zwei Staatsherfolgreichsten Vorleiter. Gut.